Wie sollen sie das alles nur überstehen? Die schlimme Krebsdiagnose, all die Schmerzen und Unsicherheiten, die damit einhergehen, Prinzessin Kate ist am Ende ihrer Kräfte. Und jetzt muss sie sich auch noch um Ehemann William sorgen. Denn er leidet unter Panikattacken und Angstzuständen. Mehr denn je bräuchte Kate nun eine emotionale Stütze. Das hätte William sein sollen, doch der kann auch nicht mehr. Der Sohn von König Charles, 75, droht an all den Dramen selbst zu zerbrechen. William ist emotional und körperlich erschöpft. Als Mitglied der königlichen Familie steht er auch unter erheblichen zusätzlichen Belastungen und Verantwortlichkeiten, beurteilt Beziehungsexpertin Luella Alde R.S. ohne die Lage. Nicht nur, dass sich der Thronfolger große Sorgen um die Gesundheit seiner Frau macht. Nein, er muss sich zudem um die drei gemeinsamen Kinder George, 10, Charlotte, 8, und Louis, 5, und deren Ängste um Mama, kümmern. Und ganz nebenbei soll er noch seinen Vater als König vertreten. Denn auch Charles leidet an Krebs und ist im Moment nicht voll einsatzbereit. Alles zu viel für den sensiblen William. Nun leidet er unter Panikattacken und seine Ängste werden immer größer. Seine Hilflosigkeit nimmt ihm die Luft zum Atmen. Doch Kate kann jetzt nicht das Rückgrat für ihn sein, und William auch nicht der Anker der Familie. Jetzt müssen die beiden umso mehr zusammenhalten.